Der Williams ist wieder da. Ich muss mich richtig reinknien, oder? Ja, klar, natürlich. Worte reichen nicht aus. Du musst auch Taten folgen lassen. Zeig Konstanz. So Zeit, dass du mal etwas Verantwortung übernimmst. Verantwortung? Ich soll ein Vorbild sein. Damit kenne ich mich aus. Weißt du noch, als du das erste Mal hier warst? Da warst du ein hoffnungsvoller Nachwuchsspieler, konntest es kaum erwarten, einen Vertrag zu unterschreiben. Als die Fotografen gegangen waren, hattest du zu mir gesagt, dass du dir in diesem Klub einen Namen machen wolltest. Lachhaft, oder? Der Trainer will, dass du in den nächsten Spielen mehr Verantwortung übernimmst. Mal sehen, vielleicht können wir dann in der Premier League was reißen. Wenn du jetzt Leistung zeigst, schaffst du es vielleicht ins Team fürs Liga-Pokalfinale. Wäre ja schon mal nicht schlecht. Bitte, bitte. Wäre wünschenswert auf jeden Fall. Finale wäre schick, ey. Ah, der Williams-Foodie. Boah, der ist aber sehr hitzköpflich. Krass, ne? Hast du mal die Bewertung gesehen? Ja, ja, passt aber auch zu ihm. Ja, stimmt. Passt zu ihm. Und der Alex ist ja immer mehr so der coole Typ. Genau. Ein bisschen bodenständiger unterwegs. Ja. Wobei, er ist jetzt nicht abgehoben, ne? Nee, das nicht. Darf man jetzt auch nicht sagen. Aber er hat halt immer eine große Fresse, um seine Unsicherheit zu verstecken. Genau. Und wir haben wieder zwei Attribute. Schön. Äh, schwacher Fuß vielleicht. Ich glaube, schwacher Fuß fände ich mal ganz gut. Okay, Peste und Schüsse, ja, fände ich auch ganz gut. Ähm, Spielmacher, Ausnahmusspass, Spielmacher werde mit verbessern. Spielmacher, Fähigkeiten zur zentralen Figur in der Offensive. Ja, kann man auch machen. Ja, ne? Das nehmen wir mal mit. Nehmen wir mit. Ja, ja, ja. Packen wir so. Wenn wir es haben, haben wir es. Wenn wir es haben, haben wir es. Ganz einfach. Startelf haben wir bald erreicht übrigens. Ja, wenn wir so. Ja, kann gerne so weitergehen. Wenn wir jetzt noch einmal im Training glänzen, haben wir die Startelf-Position erreicht. Warum nicht? Das wäre ganz gut. Und vielleicht mal das Zimmer aufrollen. Ja, das wäre auch schön. Vielleicht kriegen wir da auch ein bisschen ansehen vom Trainer. So, Social. Ja, ihr Insider. Williams-Foodie heute mit nahezu federlosen Passspielen. Und dann Chris Pross, wo hast du dich die ganze Saison versteckt, der Williams-Foodie? Und hier, Nick Thornton, wenn wir heute... Ach so, das kennen wir schon. Nick Thornton. Ab ins Training, weiter geht's. So, Training steht natürlich an. Ist wichtig, besonders für uns. Mhm. Trainer ansehen. Schön aufpempeln jetzt. Ich will auch den Trainer ansehen. Okay, Jungs. An die Arbeit. Alles klar, ja. Easy. Toll. Das war mega aufbauend. Ich bin total motiviert. So möchte man morgens doch begrüßt werden. So, passe zum Mitspieler. Ja gut, das kennen wir auch schon, ne? Ja, ja, ja. Den Mitspieler in Szene setzen. So lange der Thomas Müller nicht dabei ist. Ja. Ich frage mich, wie viele Leute bei... Was für ein Pass. Ich frage mich, wie viele Leute bei Karriere retten auf Nein gedrückt haben. Ja, ich würde vor allem gerne mal wissen, was dann passiert. Es gibt doch bei Bioware sonst immer Auswertungen, wer sich wofür entschieden hat, oder? Gab es das früher? Das wäre cool. Bei Dragon Age gab es das früher, glaube ich mal. Vielleicht verwechsel ich das gerade mit Life is Strange. Das gab es aber auch bei Walking Dead. Gab es das auch. Ja, also eigentlich wäre es ganz cool. Also generell bei Telltale ist das immer so, ne? Ja. Hm. Alter, viel zu hart. Äh, wat? Viel zu hart der Pass. Ja, ne. Also, ne. Ja, komm. Besonders bei Trainerwertungen, da müssen wir natürlich jetzt mal... Mensch. Der Karius, Alter. Was ist da los? Das habe ich ihn vermisst. Oh. Schönst Ding. Ah, schade. Komm schon. Nein. Sah so gut aus. Gut gemacht. Immerhin gut gemacht. Also, die Pässe kommen ja an. Jawoll, super. Ja, sehr schön. Sehr schön. Exzellente, gerade noch so exzellente... Jut, hohe Steilpässe. Dein Lieblingsspiel? Jaja, klar. Natürlich. Machst du ja auch so ganz gerne. Wenn du zuhause FIFA spielst, dann immer nur die hohen Steilpässe. Ja, sicher. Jeder weiß das. Bam! Ja, läuft aber gut. Wunderschön. Oh, den können wir vielleicht mal Volli nehmen? Zack! Oh, schade. Oh, ein schöner Pass. Bam! Super! Läuft doch! Ja, sauber! Sehr, sehr gut! Schön, gut gemacht. Oh, das war zu früh. Aber er kriegt... Äh, lol, der kriegt ja trotzdem. Nicer Dude! Hui! Ja, nice! Das läuft! Mein Lieber! Das will ich auf dem Spielfeld sehen! Ja, eben! Zack! Boom! Boah! Also, hohe Pässe und sofort Reinleder. Alter Schwede! Das wird ein neuer Move. Damit gewinnen wir jedes Spiel. Genau, das klappt immer jetzt so. Ja. Unabhängig von der Situation. Ja, Training läuft doch, ne? Also, wenn der Trainer da aber nicht zufrieden ist... Also, jetzt müsste man eigentlich die Startelf erreicht haben. Zumindest die, äh, Position beim Trainer. Der müsste uns sofort auf den Trainerposten schicken. Also, ich bitte auch. Ja, das wär, das wär toll. Dann können wir uns selber auswechseln. So. Warum steht da Alexander? Das ist ein bisschen blöd. Das ist irritierend n bisschen. Das war's für heute. Ruht euch heute Abend aus! Wuh-Statn-Hilfe! Wuh-Statn-Hilfe! Statn-Hilfe! Wir sind teint! Wunderbar! Sehr gut. Der grüne Balken-Grüne Balken kriegen wir noch voll. Alter! Oh, warum muss ich mich mal stricken heute? Bist müde? Ja! Ich glaube ja! Oh! Scheiße! Du hast zu wenig geschlafen heute, bist du bereit? Das geht aber gar nicht, deswegen verlieren wir auch alle Spiele hier, weil du scheiße spielst. Ja, ja, weil ich bin unmotiviert, ich sitze immer nur so rum so. Okay, Williams Foodie ist eine andere Welt, oder? Spiel einfach dein Spiel, mon ami. Nutze deine Chancen. Chris Wheatley, alle Augen sind auf The Williams Foodie gerichtet, meine auch. Hashtag Stars im Blickpunkt. Die tweeten uns das gleiche wie Alexander. Ja, das könnte ich mal was Neues ausdenken, das ist ja traurig. Was willst du wählen? Hier, komm mal ein paar Tore gegen Sea Palace, The Williams Foodie, alles klar. Wunderbar. So, Sea Palace muss heute bei Liverpool ran, das dürfte richtig interessant werden. Ich hoffe, Danny Williams steht in der Startelf, live cry. Live cry. So, ihr Inter. Oh, das gehen wir schon. Tschüss, ab ins nächste Spiel. Los, go. Crystal Palace, ab zu Hause, tack. Das erste Mal von Anfang an zu Hause, nice. In der Startelf. Schön. In der Startelf. Da, 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 da. Ha, wir sind auf dem siebten Platz momentan in der Tabelle. Mhm. Und er meinte gerade allen Ernstes, dass die Meisterschaft ja noch drin ist. Der erste hat 58 Punkte, wir haben nur 37. Aber Tottenham hat 42. Und Tottenham ist noch blau markiert. Ja. Ich glaube, Tottenham ist so das Schlussstrich da, oder? Ja, genau. Das sind halt die internationalen Plätze, ne? Also eventuell können wir da, oder? Oh, Regen, schön. Oh, schön. Toll. Da hat man noch richtig Bock drauf. Doch es regnet nicht nur für uns. Ach ja. Ja. Auch für Wolf Huss und Frank Buschmund regnet es heute. Und der Ball ist natürlich auch feucht. Die Kommentatorenkabine wird renoviert. Die beiden müssen heute draus moderieren. Tabelle hier nochmal. Da unten. Platz Nummer 7. So sieht eine Tabelle aus. Oh, Tobi. Oh, krass, der ist auch da. Cool. Da sitzt er da unten. Ja. Gut amitiert. Das sagen wir wieder von GTA 4. Ja, das ist echt so. Trevor meinst du, glaub ich, ne? Ne, das war GTA 5. Ach GTA 4, du meinst, äh, Nico. Nico. Nico Bellic. Nico Bellic, genau. Jawoll. Das wär's, alter. Nico Bellic im, im Liverpool-Stadion. Da würde ich feiern. Aber auch mal Trevor, ganz ehrlich. Ja, man, so nackt einfach. Voll geil. Der hat ja auch die, was weiß ich, der hatte ja nicht diesen komischen Bumsbär oder so. Was war das? Irgendwas war da so. Doch, irgendwas hatte der da. Das war so geil. Und den einfach da auf dem Platz wäre. Das wär so schön. Das müsste an die Flitzer, müsste auch mal an die Geräte werden. Ja, Flitzer. Dann einfach wegtreten, so weißt du. Trina Wertung plus 80. Klopp war sehr zufrieden. Ja, Ligaspiel heute, Williams vorne. Flitzer wird aus, ne, oder Alexander wird ausgewechselt gegen Flitzer. Mal gucken. Wir haben trainiert, äh, wir wissen ja, LBY, äh, lange Steilpässe. Hohe, vor allem. So. Man sieht den Ball ein bisschen quatschig, weil's nass ist, der Rasen. Ja, das ist wirklich ein bisschen rutschig jetzt. Da muss man ein bisschen aufpassen. Da flutscht der Ball auch das eine oder andere mal weg. Mhm. Muss man natürlich ein bisschen, äh, berichten. Sicher gesaved. Mhm. Das war wieder dumm. Aber Danny holt sich den Ball fast zurück. Ja. Das war zumindest der Einsatz, der belohnt werden sollte. Ja, das stimmt. Er hat sich bemüht im Rahmen seiner Möglichkeit. Lauf. Lauf. Jawoll. Sehr gut. Ohhh. Foul. Mann, der lag da auf'n Boden, der wurde auch gefaul. Der konnte gar nicht mehr weiterrennen, das war voll unfair. Schiri. Fört schön wie Alexander einfach umgefallen ist vor dem Spiel. Sie sind mit dem Spiel einfach umgefallen. Ich dachte, das machen sonst noch die Italiener. Alter! Ach, schön. Hey Gronko, hast du was gegen die Italiener? Parmesano! Schade. Aber wir sind dran. Wir bleiben dran. Alles klar. Wir hören so auf, wie wir... Wir fangen so an, wie wir im letzten Spiel aufgehört haben. So, richtig rum. Das war nicht gut. Das war nicht gut, ne. Guck mal, der hat auch Handschuhe an. Hast du gesehen? Ding ist kalt. Ach ja, schwarze Handschuhe. Was Alexander wohl gerade macht? Er schaut bestimmt das Spiel. Wahrscheinlich ja. Und Facepound sich. Mit meinem Knie würde ich besser spielen jetzt als du, Danny. Wahrscheinlich kommentiert das noch bei Youtube oder Fifa Videos. Noob mit P. Hui! Oh, schade. Aber schönes Passspiel. Wir kriegen die ganze Zeit grüne Anzeige. Im Training klappt das mit den Toren besser. Das stimmt. Aber es war jetzt noch ein bisschen schwierig, den Ball anzunehmen. Außen war der nass. Eben. Der war nass, der ist weggeflutscht. Und wir haben Kerzen, wir haben Schuhe mit Kerzenwachs imprägniert, deswegen... Da fliegt der Ball halt mal ein bisschen, ein bisschen härter. Ja. Hoppala. Hoppala. Jawoll. Das ist Einsatzfreude. So muss das sein. Superschön. Wir werden Meister sein. So ein bisschen Vorteil. Jawoll. Ja, 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 ja. Komm, mach's klein. Das war so, den Ball zertanzen gerade. Na, 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 na. Na, komm. Na, nee, nicht so mein Freund. Nein. Ja, schau. Er kriegt immer ne Eckball. Oh, der, der hat Bock. Der hat Bock. Der ist noch richtig trocken, der Glock. Der Regen prallt dann nebenab einfach. Ah, das kann sein, das kann sein. Weil die Jacke schon so alt ist. Genau, wird einfach eingesaugt. Das verbrennt einfach verdammt. Die ist atmosphärisch abweisend. Er könnte damit in den Weltraum fliegen, wenn er wollte. So, schön direkt gespielt. Mhm. Ach, dann. Ach, dann. Nein. Ah. Er war so knapp. So knappes Ding einfach. Damit. Diese Cry-Leute. Ich habe vergessen, wie die Mannschaft heißt. Crystal Palace ist das. Ah, Crystal Palace ist das. Hört sich an wie ein China-Restaurant. Ist das Crystal? Ich glaube schon. We deliver! Oh, das ist gut. Das ist gut. Jetzt haben wir Platz. Danny. Uh! Oh nein! Wie habt ihr den denn gehalten? Alter Schwede, was hat der Keeper denn da gemacht? Das war ein richtiger Fußroller hier einfach. Sag mal, ist der denn wahnsinnig? Guck mal. Ernsthaft? Alter, mit der letzten Spitze. Da freut er sich natürlich. Der wollte Danny gerade eine reinhauen. Hab ich gesehen. Unten in die Leber. Foul. Ich war aber unter der Gürteliege, mein Freund. Oh, Danny vielleicht, ne? Nee, äh, nicht. Ich glaube, Zunahmen Keeper darf man nie treten. Oh, ganz klar faul. Hehehehe. Nein, warum kriegt der den? Warum kriegen wir den denn nicht, wenn wir den so abköpfen? Aber wir haben den rausgeholt. Sehr gut. Sehr, sehr gut. So, der hat Platz. Lauf doch, setz dich doch durch, Mensch. Mach doch mal. Du bist 1,93. Du kannst doch wohl mal ein bisschen dein Körper einsetzen, Mensch, Junge. Am Ziel vorbei? Ja. Toll. Schade. Oh man, das ändern wir jetzt. Wir ändern das jetzt. Am Ziel vorbei. Sein ganzes Leben lang besteht daraus. Und irgendwann wird Danny Williams mit 80, 90 Jahren wird er sterben. Und das am Grabstein wird stehen. Am Ziel vorbei. Hehehehe. Ah, ja. Die Erstehelfe war jetzt irgendwie so... Ja, war so larig. So mäh, ja. Ja, ja, ja. Wobei wir hatten auch unsere Chancen, das war jetzt geile Chance, richtig krasse Chance. Aber gut. Aber ganz ehrlich, was der Schiri da abgewehrt hat, das geht auf keine Kuh. Wie der den Ball da rausgeholt hat, das ist einfach... Das ist keine Physik-Engine, das ist... Aber Hauptsache wir stehen noch auf dem Platz, wir können es immer noch besser machen. Das stimmt! Genau. Ich glaube, du müsstest mal in die Eistonne in der Kabine oder so. Ah, ja. Irgendwo musst du mal hin, ey. Das ist... Ich leg mich auf die Massagebank. Hehehehe. Boah, ich will da auch sofort wegpennen, glaube ich. Boah, jetzt auch eine Massagebank. Können wir einrichten. Und wie das denn? Ich hab eine dabei. W-was? Und wer massiert da? Tobi? Achso. Hehehehe. Natürlich Tobi, also. Bitte. Puh! Einfach mal rein da ins Getümmel. Ah, schade. Wo will er denn Ends hin? Nee. Nee, das wird er mir nicht. Was soll das denn mit der Hand? Den Fangen. Oh, spiel doch härter, Mensch. Nee, hat er spielton. Jaaaa! 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 Danny, Danny, Danny Danny. Danny Danny Danny. Wir haben voll... Was war das denn? Hihihi! Nice, ey! Ja, sehr geil! Aus dem Nichts! Sehr, sehr geil! Das war der Fehler. Diese Drehung. Und Danny hat's noch gerettet. Hat er den Ball nicht unter Kontrolle bringen können. Sehr cool. Pfffuuuuh Oh der ist ja schmutzig, der hat sich eingesetzt Das grün ist gut Was ist jetzt los? Hä? Mensch mach doch keinen witziger Wie groß ist denn der Mané? Weiß ich nicht, warum? Warum fragst du? Ne, das war gar nicht der Mané, das war der Salah 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 ist groß Komm vielleicht können wir noch mal ein zweites machen, mal ein Doppelpack hier Das hat man schon lange nicht mehr Ja, ok Oh der war noch abgefälscht Der war nur halb gar BAM OHH Schade, aber wir haben nachgesetzt Was ist los? Ich war gerade schon im Modus, dass er trifft Ich wollte schon ausflippen, innerlich Das wäre schön gewesen Ja, wenn der reingegangen wäre, dann hätten wir direkt aufführen können Ja Uhhhh Alter! Foul! Scheri, kannst du mal pfeifen oder hast du deinen Pfeifen vergessen zu Hause? Ja! Bestimmt, Herr Lena! Das ist ein Witz, ne? Da pfeift er dann! Natürlich! Ah ja klar, gelb! Ja klar! Vielleicht sogar rot! Mach einfach grün einfach! Aber wir sind noch da! Also das wäre jetzt auch wirklich, ne? Wenn wir jetzt ausgewechselt werden, dann zweifle ich wirklich an dem Spiel. Quitsch... Hast detto eine super Wertung? Und das heißt gar nichts! Koko! Was ist denn der Annahme? Hä? Perspektivisch ganz komisch gerade... Sagt voll komisch aus... Ja! Oh! 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 Der kommt gut, aber den haben wir glaube ich. Nice! Wuuuuh! Ist ganz spannend vor allem, weil man halt nicht Alex spielt, sondern Danny irgendwie, ne? Ich glaube, wie war der Kim damals das Match. Kim Jong. Du spielst ein nordkoreanischer Nick-Tanto. Du musst deine Karriere vorantreiben. Du bist der beste Fußballspieler der Welt. Jeder in Nordkorea weiß es. Aber nur dort. Der kommt weit. Ja, ja, ja. Aua, Schiri, danke. Danke, Schiri. Danke, dass du auch mal gepiffen hast für uns. Townsend geht raus. Er kommt rein. Und der Kakao. Kai, Kai. Kai, Kai, Pflaume, Pflaume. Gut. Kommt, Danny. Schade. Oh, schade, schade, schade. Zu zentral. Aber noch ein Tor, das wäre so schön. Was macht der denn jetzt da? Guck mal, ich habe 50 Cent gefunden. Schade, Mann, Mann. Aber wir fühlen immer noch. Wir haben das Tor gemacht, bis jetzt alles in Ordnung. Ich würde es ihm einfach so hart gönnen. Ja, eben. Die Gönnung ist so hart. Nee, nee. Schiri, weh, du fahrst. Danke. Das ist ja auch mal ein bisschen Erbarmenzeige, ne? Oben links wird immer noch der Wechsel angezeigt. Nicht die Spielzeit. Ich bin irritiert. Ja, das ist ein bisschen eingefroren. Ja, ich glaube auch. Alter. Das Spiel geht jetzt einfach unendlich. Scheint so, ne? Das war ja süß. Das war schön gespielt, auf jeden Fall. Mhm. Hui. Und Danny, zeig noch mal einmal, was du kannst hier, was du für ein Blitz bist. Danke. Wir spüren das doch alle. Wusstest du, dass Kaikai eingewechselt wurde? Ja. Aber danke, dass du mich noch mal dran erinnert hast. Nur ich wollte es noch sagen. Ich dachte, vielleicht ist es noch nicht ganz so offensichtlich. Das soll ja auch jeder sehen im Stadion. Okay. Ja, Danny, Junge. Ja, ja, ja. Jetzt ist es fertig. Die Fans kommen runter zur Eckbahn und der Danny ist einfach am Start hier. Danny läuft aus dem Stadion raus, aus der Hauptstraße runter. Alex, ich komme. Alter, nice. Schön. Wichtig. Sehr, sehr geil. Endlich fruchtet es mal. Zweites Tor, beide von Williams. Der Gold, Junge. Fragezeichen. Hoffentlich. So, wie lange haben wir noch? Spielzeit. Neunzigste Minute. Kaikai, ein... Achso. Und? Ist Kaikai immer noch da? Nee. Jetzt haben wir zwei wieder. Alles klar, super. Wir mussten einfach das Tor machen. Das war einfach die Forderung. Drei Minuten Nachspielzeit. Das sollte kein Problem sein. Zwei zu null. Bringen wir nach Hause. Komm. Auswechslung droht. Alles klar. Das war's. Super. Das war's. Sehr, sehr gut. Cool. Schön gemacht. Guck mal, er lächelt. Kloppo, äh, wir haben gewonnen. Das war nur ein Fehler. Ja, da freut er sich. Wunderbar. Aber ich will die Tore nochmal sehen. Bitte. Schüsse acht, zwei Tore. Also wir waren auf jeden Fall aktiv auf dem Platz unterwegs. Kann man so sagen. Eigentlich auch Spieler des Tages. Vielleicht. Hoffentlich. Ich weiß nicht. Also eigentlich schon. Also eigentlich würde ich jetzt sagen, wenn alles dem Rechten nachgeht, dann... War eigentlich immer relativ ballsicher. Genau. Wenn er rankam. Gucken wir mal. Ach, die Bodycars wieder. Ja, jetzt waren wir hier nämlich. So, zeig mal her da. Ja, die erste Hälfte war ein bisschen Larifari, aber die zweite Hälfte hat geknallt, du. Alle hinten voll gelangweilt. Aber die Chance mit der Fußspitze, ey. Ja, 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 das war so, das war so, weiß ich nicht. Hier, roll. Flop. Wie der auch wegfliegt einfach. Unfassbar. Aber wir haben das Spiel. Da, da siehst du, die Drehung, dieser Ballverlust von dem Verteidiger, das war... Nice. Das war der gute Moment. Sehr nice. Der Torwart ist traurig. Schwarz. Ist nicht traurig, gell? Hm. Keine Lust mehr. Nee, wirklich, ne. Foul. Hm. Zweite Tor möchte man auch nochmal sehen, da sprintet er einfach durch. Das war, das war sehr schön einfach, das war sehr schön. 2-0. Man nennt ihn auch Flash. Genau, man hat ihn gar nicht gesehen. Ja. Deine Pässe, schön zurückgeziehen. Ja, ja, kurz Pässe, 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 Pässe. Ich danke dir. Puh. Oof. 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 Vielen Dank.